Alter, ich habe von jedem irgendwas abgekriegt. HP, PCP, FMJ, Backshots, Alter. Alter, ich geh fressen. Eine Auswahl an Köstlichkeiten. Ja, feinste Pralines. Ausleser. Ausleser. Merke ich nicht. Das ist geil. Merke ich nicht. Das ist schon schlecht. Hallo und herzlich willkommen. Mach's wieder im Shop. Immer ein bisschen, ja, ist ja ein bisschen schrottig unterwegs heute. Aber ich habe hier nochmal reparieren können. Die Waffe habe ich auch vergessen. Ich habe einfach die Faxe dicker. Ja gut, schraut dich aber nur die Waffe. Das Gier geht ja eigentlich so. Kann man nicht meckern. Ach, poppala popp. Ich muss hier noch ein bisschen Insomnia weitermachen. Da fehlen noch 8 PMCs. Das kleine Superheld hat mir ja gerade mal direkt in den Headshot verpasst. Der wäre Nummer 6 gewesen. Aber er hat es verhindert. Der blöde Hund. Da ist noch so ein Retter drauf. Niin, ich sehe es noch nicht mal. Du bist noch nicht auf. Ich sehe es noch nicht mal. Ich sehe es noch nicht mal. Salate! Salate! Mach zu! Guten Tag! So, aber dann kann ich helfen. Eine helfende Hand streckt er mir entgegen. Ne, was hab ich denn hier bloß? Was? Ich dachte, ich hab 60 Schuss reingepackt. Och, Matze, Alter, was ist denn nur los mit dir? So... Fies dich doch mal zusammen. So ein Scheiß. ... Und... Wow, wieder zu wenig Munition mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Mann, ich will mal wieder eine Grafikkarte finden. Schon ewig keine Magikunden hat. Er ist ja jetzt ein absoluter Hund, aber in diesen Lade gibt es ja gar nichts mehr. So. 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 Jetzt muss man bei mir das Licht ausmachen. Das irritiert, das drückt ein bisschen aufs Auge, wenn man hier so dunkel ist. Das hat ganz schön geblendet so. So. So, weiter geht's. Viel Puzzle. Das hat aber gezappelt. Das ist mal ein Pixelfehler. So. 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 Was ist das hier eigentlich von der gespenstischen Ruhr? Der hat mich selbst geblendert. Der hat mich selbst geblendert. Ist das denn hier los? Der hat mich selbst geblendert. Ich kann ihn noch da. Ich kann ihn noch da. Opratsch, hier. Opratsch, hier. Opratsch, hier. Opratsch, hier. Opratsch, hier. Opratsch, hier. Ich muss es doch zerrissen haben. hat der Trottel Glück gehabt ist das Disco doch ein Dreckstool das kann ich euch sagen braucht eine Stunde erst starten und wenn es da ist, hast du noch eine graue Fläche Alter Mann, ich habe gerade das geklippt ich muss das Disco doch machen ist das Spannend einfach nicht was was Mensch, könnt ihr mal alle Viere gerade sein lassen ihr Trippioten das kann ja jetzt nicht wahr sein ihr wollt mich doch verarschen ihr habt hier noch alle Latten im Zaun das ist blöd, das ist immer noch nicht gestartet das ist doch dumm jetzt halte ich das Video zum vierten Mal an ja, könnte ich mal alle Latten umzauern ich wollte einfach nicht stoppen, Alter ich wollte einfach nicht stoppen, Alter dieser Dreck, dieses Mist-Tool ja, das kann ich mal für mich keiner weiß warum Liar und Liar und Liar dann habe ich es beendet mal starten und dann gehts meistens Nö, dann ist es gestartet gleich, aber es war ein grauer Bildschirm ich glaube sowas der ist dünn ja, komm schon wieder raus hin, das ist vieles Kaffs komm schon wieder, im Teufelpack l boca guck die Brache Wachen wofür bofür b-v Euh wofür b-v wofür b-v Oh, da kommt der nächste E-Qual. Wann, ich brauch BMCs. Okay, nur da. Okay, nur da. Die liegen hier irgendwo, das ist wie so eine Brotkrumenspur. Ich hab dir den Weg mit Gags markiert, damit du wieder raus findest. Hehehehe. Draußen stehen sie schon mal rum. Das ist gut, Lupé. Was ist da, blablabla? Wo kommt der Nächster? Das ist doch nicht zu fassen. Ich schieße meine gute Munition nur an diese Fallfrusten. Ich schieße mich nach unten an. Ich schieße meinen Heinen-Sachs. Ich schieße meinen Bein Remmel. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin mir jetzt noch ein geschiss nach oben. rein, weil sie sehen aus dem Leib. Das war's. Da ist das. Was ist das? Oh, tupere! Das war's für heute. Mann, Alter, geht mir doch mal nicht auf den... Alter, mich verarschen. Oh, ich sehe ihn. Da ist einer am Uli rumgeschlichen. Ich weiß nicht, ob das klar war oder was. Ich weiß nicht, eigentlich hörst du es aber. Da hat er auch irgendwie Braunschweig-Brahma quasi. Und eine tiefe Stimme. Ich weiß auch nicht, aber manchmal hören sich die PMCs auch so an. Kannst ja nicht so arm bleiben. Du musst es merken. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie hier. Ich weiß nicht, wie hier. Ich weiß nicht, wie hier. Even more beans in the corner. Was hast du gefunden? 7 war Morphine. Ich kann ja eine Morphine-Fahrtie machen. Hübel. Ich hab einen Motor, aber da oben komm ich gar nicht hin. Da. Okay. Der steht ganz oben im Regal, Alter. Deko. Deko. Ich könnte noch einen gebrauchen. Können wir zwei mitnehmen. Der ist am Scheffrand weg. Rote Filter nebeneinander. Aha. Ich hätt sie nicht genommen. Einen hab ich gleich geklickt. Ist ja gut, wenn er 50.000 wert ist. Mindestens. Ja, ne, 42.000. Ja, ich glaube schon, ja. Ich hab das jetzt. Ich hab das jetzt. Hier ist sogar 300.000. Kannste kriegen. Das geht eigentlich. Gut sind auch mehr. Ich lass raus. Hey, da hab ich nur ein PMC erschossen, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Ich brauch noch acht. Naja, aber wir wollen ja eh doch wahrscheinlich uns auf Interchange rumtreiben. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen ja totklagen. Ja, ja. Ey, das war ein Kamm. Na gut. Tschüss. Ne, ne. Das war ja eine richtige Jagd. Das war ja die ganze... Der ganze Raid war aus... Bestand aus einer Jagd. Hätt ich das gewusst, hätt ich es abgenommen. Er kam. Ich hab ihn geschossen. Er ist weggerannt. Er kam. Ich hab Granaten geworfen. Er ist weggerannt. Er kam. Er kam wieder. Ich hab ihn beschossen. Immer schön auf die Beine. Ich hatte ja nur Schrot. Er ist weggerannt. Er kam wieder beschossen. Ich hab durchgeschossen. Ich hab 2270 Schaden gemacht. Eigentlich war er da lange tot. Über 1200 oder so hat er... Der heilt sich ja bestimmt noch. Keine Ahnung was der macht. Er ist jedenfalls nicht korrekt, der Idiot. Und dann kam er zu noch mal. Da hab ich geschossen. Und dann hat er mich durchgeschossen. Ich bin sogar vor ihm weggelaufen. Alter, da ist hinterm hergerannt. Bin ich weggelaufen. Hab noch... Schrot ins Magazin... Also ins Dings reingestopft. In die Waffe. Mhm. Hat mich nicht gekriegt. Alter. Ist das dann wieder umgedreht und weggerannt? Mhm. So. Mhm. Mhm. Genau. Ey, jetzt hier... Ich bin gespannt, wie viel ich hier umgelegt habe. Das ist doch... Das ist doch sinnlos, die Ansaktion. Das ist doch schon sinnlos, die Ansaktion. Das ist schon vergebliche. Liebes mir, Mann. Ich brauche das... PMC ist 12.000 XP, Alter. Ich bitte dich. Ein USAC. Ach, hier hab ich noch einen Bär erschossen. Ah, da hab ich den doch noch erwischt, den Hund. Mhm. Wahrscheinlich mit ner Granate. Mhm. 35 Kills. Also... 33 SKEFs. Und 2 PMCs. Mit Wörsinn. Ja. Er hat die gute Munition für den 3 SKEFs verbannert.